hey ho leute eine kleine zwischeninfo und zwar wird es heute kein keine folge von schauen geben aus dem einfachen grund dass meine schwester im nachbarzimmer liegt die hat es ein bisschen erwischt und mit ein bisschen meine ich sehr erwischt mit so einer mischung aus grippe und sonstigen gedöns und die hat die letzte nacht überhaupt nicht geschlafen deswegen bin ich heute ein bisschen leise unterwegs und dann nehme ich lieber heute mal keine folge auf dafür eine kleine info für euch falls ihr sowas nutzen wollt und zwar habe ich mein discord server für meinen youtube-kanal aufgemacht einfach aus dem grund heraus dass ihr mit mir hier über alle möglichen themen plaudern könnt von musik über games und was ihr sonst noch wollt zudem habe ich hier eine kleine youtube sektion wo ihr mir feedback geben könnt ihr könnt fragen stellen vorschläge machen oder mich auch unterstützen wenn er zum beispiel keine ahnung irgendwie sagt hier in deinen videos könntest du noch das und das programm nutzen um dies und das zu verbessern da könnt ihr dann hier links rein posten für irgendwelche hardware oder software oder könnt auch nach könnt ihr zum beispiel auch anbieten hey ich könnt ihr das und das design machen für einen kanal oder trallala sowas wäre dann mit drin eine maker sektion haben wir ja auch wenn ihr maker unter euch dabei sind ihr könnt ihr eure spiele vorstellen ihr könnt fragen zu den makerspielen stellen die ich dann natürlich auch gerne beantworte und wir können auch hier über makerspiele diskutieren das sind alles so dinge die ich damit so ein bisschen neben dem youtube channel noch so ja als ich sag mal als als wie sagt man ja einfach als für die community als interaktion mit der community verankern will und sprachkanäle gibt es hier natürlich auch falls da noch jemand bock hat wenn euch sowas interessiert man kann also für diejenigen die jetzt vielleicht nicht unbedingt das programm auf dem pc installieren wollen oder vielleicht nur vom handy aus zuschauen das gott ist auch vom browser nutzbar dass ihr euch nicht irgendwie ein programm unterladen müsst also sprich ihr müsstet nur einen account erstellen und könnt es dann im browser nutzen und ich werde in die video beschreibung werde ich hier einen link reinpacken womit ihr den server betreten könnt und dann seid ihr eigentlich schon schön mit dabei so viel von mir und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einer neuen folge charon bis dahin euer daniel adios ja Vielen Dank.